So, ja, eigentlich würde ja von heute uns auch jeder von uns erwarten, dass wir ihm was Politisches sagen, so, weil Amerika, Politik, so Donald Duck und so, aber tun wir nicht. Hier ist nämlich heute so gute Laune angesagt und deswegen haben wir gesagt, dass wir greifen. Donald Duck fände ich gut. Halbe Wahrheit. Ich wäre um eine Sache, ich wäre um ein Verstand, sag mir nur einmal, wie ich den Tag machen kann, mit mir nur für den Tisch hättet und ich sag, kauf dir mein Stein. Oder sag mir, sag mir bitte, kann ich weitergehen, ein Leben, nur eine Chance und ein Ebel, vielleicht zu langen Worte, vielleicht noch Sackeres erwarten. Vielleicht stehe ich hier und weiß nicht, wo ich bin. Und wenn die anderen sind denn alle hin? Hab ich's jetzt wirklich geschafft? Das kann ich gar nicht lassen, denn hier ist eine Bahn, sollte es doch gar nicht klappen. Kann ich weitergehen? Ein Leben, nur eine Chance und ein Ebel. Hätte ich doch einfach was gesagt, hätte ich doch einfach nachgefahren. Sollte es doch gewesen sein? Eine Wahrheit und eine Wahrheit und ein Ziel zu herrschen. Sollte es doch gewesen sein? 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 Sollte es doch Coleman habenögen? Sollte es doch gewesen sein? Untertitelung des ZDF, 2020